Servus zusammen! Heute am Dienstag, vor dem Start der US-Handelssession, werfen wir mal einen Blick auf den Nasdaq. Bei den Währungen habe ich vorbereitet. Heute im Petto Austral-Dollar, Schweizer Franken und Kann-Dollar, japanisches Yen. Interessant und selbstredend natürlich auch die Chance für den einen oder anderen hier live eine Frage zu stellen. Ob nun auf Zoom oder auch auf Facebook. Alle Fragen kommen an. Und danke auch für die lieben guten Morgengrüße. Das freut mich immer sehr. Und der Nasdaq ist gut gelaunt. Die Stimmung hebt sich auch bei den deutschen Investoren. Im DAX ist es gut. Es sieht schön aus für eine Rallye im September. Ob es hier nachhaltig ist, werden wir sehen. Aber ich denke mal, auf alle Fälle mit Blick auf den Nasdaq, den Megabullen in den USA, ist ein Kursrückgang von 10% erst einmal eine gute Geschichte, um vielleicht den ein oder anderen Long Trade wieder im Portfolio umzusetzen. Wir schauen gleich auf die Charts zuvor. Natürlich der Risikohinweis. Ich bitte wie immer in Gänse zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Und damit geht es rein in die Nachrichten. Und bei den Nachrichten... Leute, es ist aktuell nicht wirklich viel los auf der Nachrichtenseite. Das ist aber gut. Da funktioniert die Chart-Technik wenigstens. Zumindest meistens in aller Ruhe. Es gab ein paar Daten aus Japan. Die sind ein bisschen gemischt. Ich denke mal, die sollten die Märkte nicht großartig bewegen. Wenn wir mal nach Übersee in Asien schauen oder auch in Sydney. Durchaus positive Tendenzen hier an den Märkten. Das BIP, wenn wir uns das mal anschauen. Ja, es ist halt einfach heftig unterwegs dort. Aber nichtsdestotrotz, es ist wie es ist. Wir schauen mal nach Deutschland. Da gab es um 8 Uhr, sehe ich gerade hier, um 8 Uhr war es gewesen, genau. Die Handelsbilanz. Und da ein wirklich schönes Ergebnis. 14,5 Billionen waren es im letzten Monat. 16 wurden erwartet. 18 sind es. Das ist fein. Es fängt so langsam wieder an zu laufen hier bei uns in Deutschland. Und deswegen ist der Markt auch relativ gut gelaunt. Und dann haben wir heute noch etwas, das könnte durchaus ein bisschen Stimmungsindikator, Stimmungsmacher für den DAX sein. Und zwar Thema Autogipfel. Es wird ja momentan wieder besprochen, der Autoindustrie so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Da werden diverse Pakete besprochen. Unter anderem auch eine Förderung zum Kauf sauberer Verbrennungsmotoren. Muss man sich wirklich mal vorstellen. Erst geht es hier nur Elektroenergie und, und, und die bösen, bösen Diesel- und Verbrennungsmotor. Und jetzt geht es doch ein bisschen, dass man sagt, naja, so schlimm ist das mit den Verbrennungsmotoren. Ja, vielleicht doch nicht. Wir haben ja gesehen, während der Corona-Krise die Zahlen der Luftverschmutzung in den Städten. Da greift man sich schon manchmal echt an den Kopf, wenn man sieht, dass die Luftverschmutzung trotz deutlich weniger Verkehr, die Feinstaubbelastung nicht abgenommen hat. Hoppala, liegt es vielleicht doch nicht an den vielen, vielen bösen, schmutzigen Autos. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Positive Meldungen könnten hier allerdings den DAX auch weiterhin beflügeln, weil die Autoindustrie ist ja eine starke Schlüsselindustrie in Deutschland mit viel, viel Zulieferer. Also ich denke, da sollte man durchaus ein Auge auch drauf haben. Das war es schon. Wir gingen um 11 Uhr noch das BIP aus der Eurozone. Und dann haben wir die Nachrichten, die wichtigsten zumindest, für den heutigen Tag auch schon mit durch. Und damit wird es für uns hier Zeit, in die Charts reinzugehen und mal die wichtigsten Fakten zu beleuchten. Wir starten mal mit den Währungen. Ich habe auch schon gesehen, eine Frage, ein Wunschmarkt haben wir da. Britisches Pfund kanadischer Dollar. Da blicke ich selbstverständlich sehr, sehr gerne drauf. Ich starte aber erst mal durch hier mit Kan-Dollar. Wir haben den japanischen Yen-Kan-Dollar übrigens Kanada gestern auch Feiertag gehabt. Musste man so ein bisschen immer mit im Hinterkopf behalten. Da fehlt ein bisschen Geld am Markt. Ansonsten schauen wir jetzt einfach mal drauf, was Kan-Dollar, japanisches Yen aktuell so treibt. Und zwar erst einmal mit Blick in den Tageschart und einer Verortung an einem sehr, sehr interessanten Widerstandslevel. Ich hatte das schon in der Vergangenheit mal avisiert. Hier oben diese Marke um die 81,5. Wir sehen es. Das war der Triggerpunkt für diesen weiten, weiten Abverkauf. Erst einmal gab es hier oben dieses Doppeltop. Ich mache gleich mal den Bildschirm noch groß, damit die Facebook-Zuschauer und hier im Video natürlich auch alles sehen. Also erst einmal gab es hier oben dieses Doppeltop. Das war Anfang des Jahres hier, Januar, Februar in diesem Bereich, beziehungsweise das war Ende letzten Jahres. Wenn ich das so richtig sehe, wir schauen nochmal kurz nach. Ach genau, nee, das war auch schon Januar. Also hier oben die Jahreshochs im Januar und Februar haben einen Doppeltop gemacht. Dann Bäm ging es nach unten. Und hier dieser Bereich um die 81,5 war eine Verteidigungslinie gewesen. Die wurde hier gebrochen in diesem Rutsch. Und dann wir sehen es, wo es hinging. Bei 73,80 war Ebbe mit Abverkauf. Jetzt ist der Markt deutlich angestiegen. Wir haben es gesehen, hier im Juno gab es schon mal einen Test dieses Bereichs. Der hat dann dazu allerdings geführt, dass wir einen deutlichen Abverkauf bekommen haben. Aber jetzt sehen wir so ein Kontraktionsmuster unter diesem Widerstandsbereich. Und das Ganze ist natürlich interessant zu sehen. Hier oben, wenn wir hier die letzte Kontraktion vielleicht sehen, vor dem Ausbruch wäre das sehr, sehr gut für ein bullisches Szenario. Das heißt, wenn wir tatsächlich hier oben über die 81,5 fliegen, werden Long-Szenarien tatsächlich auch im mittelfristigen Bereich opportun. Das ist natürlich nicht nur für die Swing-Trader interessant, die das Ganze nebenberuflich machen. Denn die haben viel Potenzial zur Oberseite. Hier kleines Zwischenhoch bei 81, knapp 9. Und dann ist viel Raum nach oben hin da. Durchaus eine sehr, sehr schöne Trading-Chance. Aber das Ganze hat natürlich auch Relevanzen für die kurzfristigen Trader. Denn die kurzfristigen Trader, die wissen eines ganz genau. Diese Widerstände haben eine sehr, sehr hohe Marktbeachtung. Und wenn wir hier an diesen Widerständen plötzlich Käufer finden, weiß man auch, da gibt es erstmal etwas Dynamik zur Oberseite. Und hier haben wir schon das nächste Level bei 81,9. Nein, das ist gut und gerne möglich, dass der Markt hier mal drüber schnappt, nur dranläuft und dann wieder zurückkommt, um dann nach oben anzusetzen. Oder aber, was die kurzfristigen Trader natürlich auch interessieren kann, wir kommen erst gar nicht hier oben drüber, sondern hier wird so heftig umkämpft, dass der Markt einfach nach unten abprallt. Das ist ebenfalls interessant für die kurzfristigen Trader. Deswegen wagen wir hier im Kann-Dollar-Japanischen Nieren einfach einmal einen Blick in die kleinen Zeiteinheiten für das kurzfristige Trading. Ist das nämlich definitiv interessant. Da muss ich mal etwas zusammenraffen, das Ganze, was wir hier haben. Und hier sehen wir das, was ich gerade auch auf Tagesbasis besprochen hatte. Wir sehen eine Situation, die durchaus hier Long-Chancen hat. Wenn wir uns das Ganze mal grob anschauen, naja, ich ziehe die Linie hier mal durch. Also hier an dieser Stelle, schaut mal, diese Aufwärtstrend-Linie von unten her. Wir sehen, der Markt fängt immer früher an zu kaufen. Oben allerdings ist noch nicht jetzt so richtig. Der große Kaufdruck da. Wir sehen es hier oben. Aber wir sehen halt, dass hier oben jetzt an dieser Stelle nicht massiv früher angefangen wird zu verkaufen. Das heißt, wenn man diese Linie mal auf die letzten Stunden hier bezieht, ist das eine relativ zumindest gerade Linie. Also es ist jetzt keine extrem steil abwärts laufende Linie. Sodass wir hier durchaus auch die Chancen haben, dass sich aus diesem Kaufdruck, der von unten immer früher nach oben geschoben wird, den Schub nach oben bekommen und das Ganze mit reinzusehen. Aber, und das ist der Punkt, der für die kurzfristigen Schwerder durchaus interessant ist, die Short-Seite mit zu bespielen. Denn, wenn wir hier unten drunter ausbrechen, haben wir kurzfristig zumindest, ohne dieses größere Bild im Tagesschat kaputt zu machen, etwas Luft nach unten. Warum? Weil wir hier unten sehen, schaut mal hier, wo ich die blaue Linie eingezeichnet habe, um die 79,86. Das ist ein leichtes Support-Level. Ich mache das mal eben in grün. Und dieses Support-Level hat durchaus auch das Potenzial zu halten. Aber brechen wir hier drunter durch, heißt das halt auch, wir bekommen ein bisschen Wohler zur Unterseite rein. Und da können wir gut und gern auf die Unterseite schauen. Und schaut mal, wir haben hier ein paar schöne Swing-Levels liegen. Bei 80,58 hier haben wir eins bei ungefähr 80,20, 80,22 und dann haben wir schon diesen unteren Bereich hier. Also, ein kleiner Ausflug nach unten hin ist durchaus drin, ohne das große Bild kaputt zu machen. Heißt also hier an dieser Stelle, Augen auf, hier kann einiges passieren. Im Kan-Dollar, japanischen Yen an dieser Stelle. Das zum Kan-Dollar-Yen. Dann schauen wir jetzt auf Austral-Dollar, Schweizer Franken. Austral-Dollar hatten wir ja gestern schon auch mit dem US-Markt. Ich gehe nochmal ganz kurz hier auf den Aussie-Dollar ein. Und hier sehen wir es. Ich hatte das gestern ja gesagt, dieses Setup ist echt wirklich schön und interessant zu sehen. Wir hatten es auf Tagesbasis, deswegen bespreche ich es nochmal ganz kurz hier. Gestern, wie schon gesagt, leicht hier oben gehalten. Heute geht es schon nach oben drüber. Und wenn sich dieser Aufwärtstrend in der Stunde jetzt fortsetzt, haben wir echt tolle Chancen, nach oben reinzulaufen. Also das bleibt durchaus spannend, was wir hier sehen. Das Setup für morgen ist also weiterhin aktiv, beziehungsweise die, die die Long-Seite schon reingelaufen ist, für die läuft das Ganze ja schon. Warum? Wir haben jetzt hier den Aufwärtstrend auch da. Schaut mal hier. Bewegung, Korrektur, Bewegung hier in diesem Bereich. Schaut, da haben wir es. Hier geht es wieder aufwärts. Und wir sehen das Ganze halt. Deswegen machen wir auch die Chart-Analysen, um sich hier ein bisschen auf die Lauer zu legen an dieser Stelle hier. Hier, ich zeichne es ein, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier haben wir den Trend rausgenommen. Zack, jetzt ist die Aufwärtsrichtung da. Jetzt gilt es halt nach oben zu laufen. Jetzt muss der Markt beweisen, dass er hoch will. Und wenn er es will, wie schon gesagt, schön die Chancen zur Oberseite auch mit rein. Und damit blicken wir mal von dem Setup von gestern auf den Austral-Dollar-Schweizer-Franken, das aktuelle Setup für den heutigen Tag. Und das sieht wirklich auch echt richtig Bombe aus, wie man hier so schön sagt. Wir sehen hier einen Markt, der schön nach oben trendet. Ich gehe mal ganz kurz noch in den Wochenchart. Der Wochenchart ist hier natürlich noch abwärts gerichtet. Hier diese große Rundung, dieses Portfolio nach unten hin zu sehen. Aber wer hier ganz genau hinschaut, der sieht, wir haben durchaus auch das Potenzial raufzulaufen, hier weiter nach oben. Weil, wenn wir uns mal diesen letzten Trendschub angucken, hier auf Wochenbasis, dann sehen wir, schaut euch mal, worauf es mir jetzt ankommt, ist, kleinen Augenblick, das war eins zu viel, dieser Verlauf nach unten hin. Dieses Trendstückchen hier, wohlgemerkt, das ist Woche, das ist jetzt nicht der Tages- oder Stundenchart, das ist der Wochenchart. Und schaut mal, wir haben das Ding hier rausgenommen und wollen jetzt wieder hoch. Wenn wir hier oben drüber fliegen, über die 0,67, 43, haben wir die Trendfortsetzung auf Wochenbasis. Und das ist echt eine interessante Geschichte, weil wir haben ja nach oben noch einiges an Potenzialen da. Jetzt erst mal hier oben das Hoch bei 0,67, 43 in etwa und dann hier die Swing-Heights, die wir hier oben hatten. Die 0,68, ein paar eine 30 und hier oben die 0,68, 0,98 in diesem Bereich. Da ist Luft da. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Tages-Chart an. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, was wir hier im Tages-Chart sehen. Nämlich die schöne Situation, dass wir hier so eine Art Seitwärtslauf auch haben. Also hier oben so eine Box, nachdem dieses wichtige Level hier übersprungen worden ist. Das habe ich ja auch angedeutet hier. Und wenn wir uns das mal anschauen, hier, schaut mal, das ist der Aufwärtstrend nach oben. Hier hat es zwar zwischendurch untergeordnet mal etwas getrendet, aber wir sind nicht unten unter das Zwischentief gelaufen, hier auch an diesem Kaufbereich. Die Marke von 0,64, 42, die hat gehalten. Und jetzt sehen wir halt hier oben, hat sich ein Stückchen höher ein leichtes Support-Level gebildet, hier in diesem Bereich um die knapp 0,64, 8 bis 0,65. Das ist ein guter Bereich, ein Bodenbereich. Und wenn der jetzt wegstrebt, das wäre hochinteressant. Und das ist auch schön für die kurzfristigen Trader. Schaut mal, hier hat sich untergeordnet der Aufwärtstrend gebildet. Ich skizziere den mal kurz einschaut. Das ist jetzt der Aufwärtstrend. Und wenn der sich fortsetzt, haben wir eine richtig gute Chance, das Zwischenhoch hier oben bei 0,67, 0,43 rauszunehmen und dann nach oben durchzustarten. Und das ist der Punkt, den ich hier auf der Uhr habe. Das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend. Und wie schon gesagt, Anlauf-Level haben wir hier definitiv zur Oberseite auch mit da. Das ist der Blick in Austral-Dollar, Schweizer Franken. Und dann mache ich ganz kurz noch den Wunschmarkt, damit wir bei den Währungen bleiben. Und dann gehe ich auf den Nasdaq ein. Wie schon gesagt, weiter die Chance. Ich weiß, ja, wir haben auf Zoom einige Zuschauer. Deswegen schaue ich mal auf den Monitor oben. Wer Fragen hat, bitte schreibt das rein in die Chats. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne hier auch um den ein oder anderen Wunschmarkt. Und damit blicken wir jetzt in den britischen Fund kanadischer Dollar. Und dann geht es hier zum Nasdaq, dem Bullen. Ich liebe das Teil. Ich freue mich schon richtig drauf, wenn wir es gleich machen. Aber zuerst noch kurz die Währung fertig. Britisches Fund kanadischer Dollar. Hier ist er. Wir blicken erst einmal hier auf den Tagesschau drauf. Und da sehen wir eine Verortung in einem schönen abwärts gerichteten Bereich mit einer Währung, die hier erst mal nicht genau wusste, wo sie hin wollte. Britisches Fund kanadischer Dollar. Wir sehen es, was hier los ist. Abwärtstrend gebrochen, wieder runter. Das heißt, das zeigt uns auch so schön, warum es so wichtig ist, zu schauen, was die Märkte machen. Der Markt hatte hier offiziell überhaupt keine Lust, nach oben zu laufen. Wir haben hier zwar diesen Aufwärtstrend da. Ich skizziere das mal ganz kurz an. Diesen kleinen, der hier lief. Also hier unten, schaut mal hier, da lief dieser Trend schön nach oben mit rein. Hier an dieser Stelle. Und jetzt ging es im Anschluss direkt wieder trendig nach unten. Hier haben wir es liegen. Zack, das ist der Abwärtstrend. Noch mal ein kleines Tief gemacht. Und dann ist der Markt nach oben gestrebt, hat diesen kleinen Abwärtstrend rausgemacht. Und jetzt hat er hier unten wieder die Trendrichtung nach abwärts abaut oder beziehungsweise aufgenommen. Das ist das, was wir hier momentan sehen. Und das Level, was wir hier an dieser Stelle wirklich beachten müssen, ist hier. Die Unterstützung um die knapp 1,72,6 ist rausgeflogen. Die wollte der Markt hier nicht unbedingt halten. Wir sind zwar noch drinnen verortet, aber es schaut momentan wirklich so aus, als wenn der Markt tiefer runter möchte. Und wenn wir tiefer runter gehen, dann müssen wir auch schauen, es muss jetzt nicht zwangsweise sein, dass wir deutlich nach unten abverkaufen. Weil wir haben jetzt erstmal noch ein bisschen Supportband da. Nur, die Supportbander haben nicht nur die Aufgabe, den Markt zu unterstützen, sondern wir als cleverer Händler können da auch ein bisschen was lesen. Wenn hier nämlich keine Verkaufsville drin ist und der Markt doch wieder abverkauft, mehr abverkauft, als das, ja, sage ich mal, in dem Supportband der Fall ist und die Märkte fallen, dann wissen wir, der ist heiß wie ein Stein, der Fund kann Dollar und den will keiner halten. Der muss sich erstmal ein bisschen ausspielen nach unten. Und wenn diese beiden Bänder hier brechen, 1, 72, 1, 71, 75 hier, dann ist der Weg nach unten erstmal offen und da können wir uns an den Swing Highs bzw. Swing Lows orientieren. Und die haben wir hier unten auch liegen. Wartet mal, ich lösche mal die Marker raus, die wir jetzt so hier nicht brauchen. Na, das wollte ich jetzt nicht, kurzen Augenblick. So. Jetzt. Also, was hier wichtige Marker sind, ist das hier. Das, diese Punkte haben wir da. Aus trendtechnischer Sicht hier der Aufwärtstrend auch da. Und da haben wir ein paar kleine Haltelevel hier. Die 1, 69, 86 hier, dieser kleine untergeordnete Schwungbereich. Wichtiger ist aber hier, der da unten drunter liegt, dieses Level hier bei 1, 69, naja, 38, 37, 38. Die Luft ist da, wenn der Markt hier tatsächlich durchdroppen sollte. Aber kommt Kauflust rein? Wir haben ja schon ordentlich Abverkauf gehabt. Das wird dann interessant, wenn wir hier mal in die kleinen Zeiteinheiten schauen, weil wir sehen hier sehr, sehr schön den Abwärtstrendverlauf, wie er runtergetrendet ist. Und da sehen wir halt auch, wir haben ein paar Kauflevel auf der Seite da. Und das wird interessant zu sehen, was der Markt hier macht. Wir müssen mal schauen, hier in dem Stundenchart, da fällt einmal auf, dieses Level hier, dieses alte Supportlevel um die 1, 73 ist jetzt natürlich im Widerstand. Und ein erstes Indiz aus jetziger Sicht bitte. Sollte der Markt nicht massiv tiefer fallen, ich muss hier leider im Solltebereich sprechen, dann haben wir eine Chance, wenn wir hier oben über die 72, knapp 5 drüber laufen, also 1, 72, 5, dann haben wir gute Karten hochzulaufen. Und wie schon gesagt, einmal hier nach oben hin, der Widerstandsbereich, den wir hier gesehen haben, diesen Drehpunkt in etwa, das ist die Marke von 1, 73, den sollte man durchaus auch auf der Uhr haben als Händler. Kurzfristiger Anlaufpunkt nach oben hin, beziehungsweise dann hier unten dieses Verkaufslevel, dieses erste, die 1, 72, 48, 50 hier in diesem Drehpunkt. Das wäre ein erster Marker, die wir durchaus bei einem kleinen Rebound mitnehmen können. Wer das Ganze länger sehen möchte, also einen starken Rückschritt nach oben, wir haben noch ein paar Anlaufpunkte, hier oben diese Kaufbereiche, beziehungsweise Verkaufsbereiche sind es, ja. Wir sind ja hier abwärts gerichtet worden, um die 1, 73, 4, 5 in dem Punkt und hier oben die 1, 74, naja, 36, 40 hier. Das sind Anlaufpunkte. Wenn wir doch ein bisschen stärker zurückkommen, was ja durchaus auch passieren kann, wenn wir uns mal die Abgaben der letzten Tage anschauen und wir einfach mal sehen, wenn wir einfach nur zur Hälfte zurücklaufen, dann haben wir hier schon mal die 1, 73, 4 mit drinnen. Hier ganz grob über den Daumen, das ist durchaus da, aber momentan ist der Markt einfach relativ schwach und er scheint momentan nicht hoch zu wollen. Deswegen ist die Unterseite hier dann doch deutlich interessanter im Pfund kanadischer Dollar. Olaf, ich hoffe, das passt für dich soweit und wir schauen jetzt auf den Nasdaq. Hier haben wir US-Tag und der ist schon durchaus etwas freundlich gestimmt. Ich habe das ganze Bild auch ein bisschen in dem Blogbeitrag, also in Tigmals täglichen Trading-Ideen, die schriftliche Form etwas ausgeführt hier mit Blick, wie immer, in zwei Zeiteinheiten und er, es ist einfach eine schöne Sache. Thema Nasdaq hatte ich vor kurzem auch an anderer Stelle besprochen, wir sind hier weiterhin verortet in einem schönen Aufwärtstrend, der ist einfach da. Hier fließen auch verschiedene Trendgrößen ineinander, aber wenn wir uns einfach mal dieses große, große Bild anschauen wollen, wir kamen von hier unten bei 10.300 Punkten und sind hochgelaufen auf 12.000, naja, im Hoch 465 Zählern. Das ist viel, viel, viel Weg nach oben, wenn man mal schaut, der Schlusskurs hier im Nasdaq am Freitag, die Kerze hier, das ist die von gestern, am Freitag, der ist im Bereich von 50% Korrektur gewesen. Ich bin aber ein Freund davon, die gesamte Wegstrecke auch mit rauszunehmen und wir sind hier in die Korrektur reingelaufen, aber noch weit nicht hier in den Bereich von 70, 80 rein. Das heißt, wir haben hier einfach mal ein bisschen Korrektur gesehen, 10% ging es ungefähr abwärts vom Hoch nach unten hin. Das ist schon heftig in zwei Handelstagen, aber wenn man mal sieht, wo er hergekommen ist, ist ja auch noch Potenzial zur Unterseite da. Aber es scheint so, als wenn der Markt nach oben will und das ist das Interessante. Heißt also, das letzte Supportband hier, die 11.000, knapp 300 Punkte Marke, hat erst einmal Käufer gefunden. Wir sind zwar hier ein bisschen drunter gespiked, das Wochentief 11.140 Zähler hatten wir hier vorige Woche gehabt. Da sind wir schon ein ganzes Stück zurückgekommen. Wir sind nach unten hin gelaufen, wir haben nach unten hin auch noch einige Supportbänder. Also wenn es heftig wird, kann der Markt noch deutlich nach unten korrigieren. Der nächste Anlaufpunkt mit Bezug auf diesen Trendverlauf hier, den haben wir mal bei etwas unter 10.900 Zählern hier im Nasdaq. Also da ist noch viel, viel Luft nach unten. Das kann sich der ein oder andere Händler im Kurzfristbereich gerne mal noch mit auf die Uhr legen. Beziehungsweise Kurzfrist, das wird dann eher ein Swing Trade. Es sei denn, wir sehen wieder solche Panikkerzen. Also die Unterseite ist durchaus noch da. Wir haben ein paar Auffanglevel, aber im Kurzfristbereich ist die Oberseite meines Erachtens etwas interessanter. Und das schauen wir uns gleich mal an, indem wir mal in den Stundenchart mit reinschauen. Und hier sehen wir es schon, die leichte Aufwärtstendenz. Wir haben ja im Tagesschart gestern auch die Kerze gesehen, die nach oben lief. Allerdings hat die nicht die große Bedeutung, weil der US-Markt gestern geschlossen war. Heute ist es wichtig, was die Händler machen. Und da wird es wirklich spannend, weil wir sehen, nach diesem Rücksetzer hier nach unten im Stundenchart fängt der Markt jetzt langsam an, nach oben zu trenden. Und wenn wir diesen kleinen Trend hier unten mal fortsetzen wollen, also hier sehen wir ihn schön, wie er nach oben schwingt. Wenn der sich fortsetzt, haben wir doch durchaus Chancen, weiter nach oben auch zu laufen und die Long-Richtung definitiv wieder aufzunehmen. Und das ist ja das Schöne, was wir hier mit sehen können. Die Chancen sind da. Und wie schon gesagt, wenn wir hier zwischendurch drauflaufen über diese Marke hier. Ich hänge mal ganz kurz das Schildchen noch ein Stückchen tiefer. Also hier, kurzer Augenblick, also hier dieses kleine Zwischenhoch bei 11.585 Zählern. Dann haben wir hier diesen Verkaufsbereich um die 11.000 knapp 600 Punkte. Das sind die Marker, die gilt es jetzt zu überschreiten. Und wenn wir die nachhaltig rausnehmen, dann haben wir wirklich richtig gute Chancen hochzulaufen. Und wenn wir uns nur mal diesen Abverkauf hier anschauen, ja, und mal die Swing-Highs, beziehungsweise diesen Bereich hier oben, diesen Umdrehbereich anschauen, dann haben wir auch ein paar Level, wo durchaus Käufer mit Orders warten könnten. Hier oben, na, namentlich, wollte ich schon sagen, punktemäßig genannt. 11.841 und dann hier dieses Abverkaufslevel, dieses Drehlevel, ne, bei 12.175 Zählern. Mega spannend für die Long-Seite. Ansonsten, wie schon gesagt, müssen wir schauen, was unten drunter kommt. Für die Daytrader hier im kleinen Bereich durchaus interessant. Wenn es hier irgendwo einen Abprall gibt, können wir uns schön orientieren an diesem kleinen Auflauf, den wir hier nach oben gehabt haben und die Punktemarke mal von unten rauszunehmen. Hier schaut, dass die Zwischentiefs, die sind dann immer relevant für solche Sachen, weil an diesen Punkten sind Trader auch aktiv geworden. Übrigens, wen das interessiert, was da los ist, ich mache an dieser Stelle nochmal kurz eine Info zum Seminar im September. Wir haben noch zwei freie Plätze. Wen das interessiert, wir gehen in diesem Seminar definitiv auf diese Punkte ein, weil wir wollen, dass das Verständnis dafür wächst und wer versteht, was an diesen Marken passiert, man muss es wirklich verstehen, dann kann man sehr, sehr gut agieren und diese Marken auch sehr, sehr schön für die Zielplanung nutzen. Also, wird spannend hier im Nasdaq. Der Blick ist rein. Jetzt haben wir es sieben Minuten vor um neun. Ich schaue mal kurz rein, ob wir noch ein paar weitere Fragen haben. Nö, sieht momentan nicht so aus. Das heißt, an dieser Stelle sage ich heute nochmal die Indizes, den Nasdaq hier besprochen. Und dadurch, dass wir doch ein bisschen Luft haben, sprechen wir nochmal ganz kurz auf den DAX an hier. Der DAX ist momentan auch wieder positiv gestimmt. Der hat ja gestern eine Wahnsinns-Rallye in den Markt gelegt oder an den Tag gelegt. Ohne den US-Markt ging es hier ordentlich nach oben und das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Und ich habe mir gestern in der Ruhe des Tages mal die Zeit genommen, auch andere Indizes mit anzuschauen. Wir haben ja hier bei Tickmill eine ganze Latte von Aktienindizes, die durchaus auch Spaß machen zum Traden. Ich denke, die sollten wir uns auch mal näher anschauen, weil da liegt einiges am Potenzial. Da gebe ich hier in die Runde gleich auch mal die Frage, wenn das Interesse dafür auch da ist, an anderen Stellen mal zu schauen, wo man gutes Geld durch schöne Bewegungen auch gerade als nebenberuflicher Trader verdienen kann. Bitte einfach kurz eine Info, die Märkte sind da und ich werde die mit Sicherheit in nächster Zeit auch mal wirklich unter die Lupe nehmen. Vielleicht machen wir das auch am Freitag, dass wir einfach mal auf die Chancen bei ein paar anderen Märkten schauen, um das Ganze schön umzusetzen. Aber hier nochmal kurz der Blick in den DAX. Ich nehme dieses Rechteck hier mal noch mit raus. Das ist der alte Verkaufsbereich, den wir hier drüben sehen, über den wir uns halten. Wir sehen es der DAX am Freitag, die leichte Unentschlossenheitskerze, gestern die bullische Bestätigung und heute sehen wir es. Wenn wir schön nach oben hin laufen, dann haben wir durchaus die Chance, hier oben die Zwischenhochs rauszunehmen. Hier bei 13.461 Zählern, das dann hoch und dann Richtung Allzeithoch zu laufen. Also der Markt ist durchaus positiv gestimmt hier oben. Da haben wir es Allzeithoch liegen. Das bleibt eine spannende Geschichte und die Chancen sind wirklich auf der Longseite da. Zumal man auch von Seiten Covid-19 immer wieder positive Meldungen hört. Ob die Infungen jetzt schon im Herbst noch kommen oder dann im ersten Quartal nächsten Jahres, spielt glaube ich für den Markt keine große Rolle. Weil der Markt hat mittlerweile verstanden, es wird mit guter Wahrscheinlichkeit eine Lösung geben. Das heißt, dieses Problem scheint weg zu sein vom Markt. Und dadurch können wir uns auf die Verbesserungen für die Zukunft auch mit drauf schauen. Und das treibt den Markt hier so ein bisschen nach oben an. Und das sehen wir hier. Und das können wir gut und gerne nutzen, wenn wir uns den DAX mal für die Tagesvorbereitung noch mit anschauen wollen. Hier an dieser Stelle, dann werden wir uns den DAX mal kurz in der Stunde anschauen. Und hier sehen wir ein schönes Muster. Das ist das, was ich immer so liebe hier an den Märkten. Schön der Abwärtstrend hier rübergenommen, raufgelaufen und einem wichtigen Level angehalten. Und das ist ja das, was immer wieder interessant ist, wenn wir uns hier mal die Zeitrahmen anschauen. Das ist der Aufwärtstrend hier auf Tagesbasis, das ein bisschen hin und her zu sehen. Aber wenn wir uns das mal anschauen wollen, guck mal, das hier ist der Abwärtstrend. Der wurde hier rausgenommen. Und das ist jetzt das Schöne. Wir laufen über das letzte Zwischenhoch drüber. Hier an dieser Stelle, ich zeige es euch mal ganz kurz hier. Das ist dieser Bereich. Da sind wir drüber gelaufen hier. Und da verharren wir jetzt oben drüber. Und das Schöne ist hier, wir haben echt gute Long-Chancen hier auf dieser Seite. Na, das war das falsche Zeichentool. Wir haben gute Long-Chancen. Hier schaut es euch an. Aufwärts, abwärts, aufwärts. Hier oben die Korrektur. Und wenn das Teil hier oben wegfliegt, dann haben wir wirklich richtig gute Karten hier in dieses Ausbruchslevel nach unten rein zu laufen. Beziehungsweise hier dann Richtung Zwischenhoch oben rein zu laufen auf die 13.461 Punkte Marke. Ja, das ist hochinteressant. Und die kurzfristigen Trader, auch die dürfen jetzt natürlich nicht zu kurz kommen. Für die wird es interessant, wo es hingeht, wenn die Reise als Abprall kommt. Das heißt, wenn wir nicht hier oben drüber laufen, dann sehen wir es auch. Was ist da? Ganz kurzfristig erstmal natürlich hier. Das kleine Zwischentief um die Marke von 13.087 Zählern. Dann hier dieses Ausbruchslevel. Naja, da haben wir ein bisschen was im Schwungbereich, aber die Marke hier um die knapp 13.000 Punkte Marke. Also hier dieser Schwungbereich hier. 13.010 bis runter auf 12.081. Und dann können wir uns hier noch an den Swinglevels orientieren. Der nächste Punkt zur Unterseite hier wäre dieser kleine Doppeldip bei 12.800. Und über den Daumen 65 zählen. Also hochinteressant an dieser Stelle, an diesem Punkt. Danke fürs Zuschauen. Allen einen erfolgreichen Handelstag. Und ich sag mal, ciao. Bis morgen. Oder wer mag nachher um 12.30 Uhr zum Wall Street Traders Lunch. Das auch immer wieder nachgefragt. Also danke für die Zeit und bis später. Tschüss.